ja der hinweis auf topografie schutz gegenüber dem rechtsverkehr wird durch topografie schutz oder halbleiter schutz wird sozusagen kann man seine mikroelektronischen erzeugnisse genauso sozusagen bezeichnen und auch verwenden wenn sie aber im internet suchen habe ich versucht zum beispiel hier auch bei patente gebrauchsmuster was zu finden es wird sehr sehr schwer weil es wird einfach sehr selten angemeldet dann haben wir noch im entsprechenden patent und markenblatt haben wir noch hinten die möglichkeit reinzugucken dort ist aber zum beispiel in diesem aktuellen heft auch keine topografien drin und man kann natürlich im internet auch ein bisschen darum recherchieren aber wird wie gesagt sehr sehr selten genutzt